So, liebe Schüler, das ist euer neuer Mitschüler und stell dich doch einfach mal kurz vor. Ich bin Tom, ich bin 13 Jahre, ich bin selbstbewusst und zeig mich gerne, wie man vielleicht in meinen Klamotten erkennt. Und ich bin froh, hier zu sein. Ihr habt auch einen sehr tollen Lehrer, wenn ich das mal sagen darf. Also ich bin wirklich sehr, sehr froh, hier zu sein. Boah, ist sehr einfach, ey. Ich bin fertig. So, heute gibt es die Klassenarbeiten wieder. Justin, Palt, soll man ein bisschen üben? Tom, eine super Leistung. Nehmt euch ein Beispiel an ihm. Was für ein Streber. Ja, oder? Dem werden wir morgen eine richtige Edition erteilen. Hast du die Gruppe euren Streber schon fertig? Ja. Sind da wirklich alle drin? Ja, ich denke schon. Na gut. Boah, guck mal, schon wieder eine neue Nachricht. Ist das ein Opfer? Ja. Ey, wass auft? Ey, wass auft? Ey, wass auft? Mann! ... Hey, wass auft? ... ... ... ... ... ... Wir bringen morgen 10 Euro mit in der Schule, sonst laden wir das Video hoch. Wo ist die Kohle? Ich hab sie nicht mit. Wir haben nicht gewagt. Ey, cooles Video, du Opfer. Ey, wo willst du denn hin, Alter? Du bist so erbärmig. Wie dumm das Video ist. Loser. Haha, wie lächerlich du bist. Streber. Ich halte das nicht mehr aus. Ich werde morgen all dir mein Ende setzen. Es gibt keine andere Lösung. Ich geh heut nicht in die Schule, ey. Ich hab da keinen Bock mehr drauf. Tom, aufstehen. Schulzeit. Tom, erzähl mal, was ist los? Ich wollte eigentlich nicht darüber reden, aber ich halte das einfach nicht mehr aus. Ich mach meine Kier. Ich hab den Kier. Wir haben einen Kier. Ich lag den Kier. Plan die Kier. Prodessen und Kier. fen in der Kier. Das ist den Kier. Was ist das bei der Kier? Ecatat. Zu dir. Der Kier. Ich konnte es sehr sehr. Die Kier war. Vielen Dank.